Wen sprechen wir mit Fuego Austrian? Wer sind unsere Mitglieder? Unsere Mitglieder sind familien- und eigentümergeführte Arbeitgeberbetriebe, also Unternehmen, die tatsächlich auch Arbeitsplätze in einem gewissen Ausmaß geschaffen haben. Diese Unternehmen kommen aus folgenden Bereichen. Sie sind entweder Wirtschaftsunternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, aber auch Betriebe in den freien Berufen. Die Plattform Fuego Austria hat sich zum Ziel gesetzt, das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft zu stärken und das sind familien- und eigentümergeführte Betriebe. Gemeinsam machen wir unsere Fuegos stärker.